Willkommen! Das ist jetzt wirklich was ganz Besonderes für Sie. Und zwar eine Weiterentwicklung aus der Lige Check, die sehr erfolgreich ist, und zwar zur Anbaugruppe. Dies hat Willi Schillig letztes Jahr auf der Hausmesse vorgestellt. Kam gut an, nur wurde als zu teuer erachtet. Kam nicht in die Produktion. Dies ist einer der Prototypen, die auf der Hausausstellung gezeigt wurden. Der Lige Check ist elektrisch verstellbar und unheimlich bequem. Sie haben eine Relaxposition, wie Sie sie brauchen. Hier oben haben Sie, Moment, ich darf nicht so weit nach hinten, hier oben haben Sie noch ein kleines Gelenk. Jeder kann es sich anpassen, wie er will. Das Fußteil kann man auch runterlassen, hochlassen, wie Sie wollen. Und dazu hat die Firma Schillig einen Zweisitzeranbau gemacht. Mit zwei Sitzen und einer Zwischenplatte in Eiche. Man sieht es hier wie auf einem Hochlehner. Hier drin ist auch ein Scharnier. Nach vorne. Und dass man sich noch etwas mehr Kopfunterstützung holen kann. Ich brauche das nicht. Und der Rücken ist leicht wippend gelagert. Eine Funktion hat der Rücken nicht. Das hat Gewichtsgründe gehabt. Er ist zwar leicht beweglich hier, aber man sitzt hier trotzdem auf der gleichen Matte sehr bequem. Übrigens, Sie können die Matte hier lose machen, aufschütteln. Und dann sieht die Gruppe wieder aus wie neu. Ein bequemes Longlife-Leder, ein Prototyp zu einem absoluten Hammerpreis. Was, wo niemand anderes hat, für echte Individualisten, sind Sie einer. Dann aber jetzt hoppladihopp auf WS48001. Dankeschön.